Willkommen zurück bei Pokémon Weiße Edition 2, Leute. Wir sind hier im Wendelberg. Erlaubt mir, dass ich mir zuvor kurz einen Schutz hole. Ähm, boah, 37, göttlich. Achso, es wird schon benutzt. Ah, okay. Ähm, yo, Leute, wir sind hier auf der Suche nach Items und nach Trainern, die wir besiegen können. Ähm, yes, sag ich einfach mal. Äh, diesen konnten wir ja bereits in schwarzen Weiß 1 betreten. Der hat's gedauert. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, was der von mir will. Okay. Äh, vielleicht wollte er wissen, wo ich herkomme. Keine Ahnung. Also gut, ähm, ja, wenn wir hier die Erkundung machen, kann ich mal anfangen zu sagen, welche Pokémon es jetzt zu fangen gibt. Und das sind einige. Warte, wir sind hier jetzt im Außenbereich. Hier kann man im Winter viele Items holen, die man im Frühling hier oder in allgemein anderen Jahreszeiten nicht holen kann. Das schließt hier noch besser aus als ein schwarzen Weiß 1. Und hä? Ich bin hier mittendrauf, aber kann ihn nicht holen. Hä? Was ist das denn? Backalarm. Ich kann der Seite nicht holen. Ja, super. Also, ihr könnt ihr nämlich je nach Jahres unterschiedliche Pokémon finden. Ähm, zunächst sollte man dazu sagen, den schwarzen Weiß 2 ist hier alles einheitlich. Es gibt keine editionsexklusiven Pokémon. Gut, dann fangen wir an. Frühling. Sedimantur 40%. Vermikula 15%. Streepoli 10%. Fleeknoll 10%. Äh, Silberio 10%. Furnifras 5%. Frigometri 5%. Onyx 5%. Sommer. Sedimantur 20%. Streepoli 20%. Furnifras 20%. Femikula 15%. Femikula 15%. Fleeknoll 10%. Si, 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 Siberio 5%. Frigo. Metri 5%. Onyx 5%. Solche Scheiß Namen, ey. Sorry, aber. Boah. Okay, Herbst hat das gleiche wie Frühling, Winter, Sibirio 20%, Sedimanto 20%, Vermicula 15%, Frigometri 15%, Streepoliv 10%, Flegneu 10%, Phonifas 5% und Onyx 5%. Gott, das wäre geschafft. So, jetzt sehe ich, dass wir hier ein Hytera vor uns haben, ein KP-Topf. War zumindest früher immer so, aber hier gibt es einige Pokémon, die auch so viele KP haben. Wow, sogar mit einem Schlag erledigt. Zum Beispiel, ähm... Oh Gott, wie heißt das jetzt? Ähm, Molimorba. Oder wie heißt's? Ähm, Blättersturm. Ähm, nee. Das ist nur dann wirklich gut, wenn, äh... Ja, was soll ich sagen? Ähm, das ist nur dann wirklich gut, wenn, äh, er die Fähigkeit aus der Traumwelt hat, dass seine Fähigkeit steigt statt... Er hat so, ja, das ist die Fähigkeit umgedreht werden. Das heißt, dass sein Spezialeinkrieg steigt statt als das Ding. Dann ist es absolut genial. So, jetzt... Joa... Nicht so, der Hammer. Wir gucken jetzt nochmal, ob ich das Item holen kann oder ob es endgültig verloren ist. Weil das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Nee, das ist verloren. Oder ich kann es nur im Frühling holen. Das ist unter dem Stehbegraben. Das wäre auch möglich. Gut, ähm... Ja, das sagt, an Lernorten wie diesen kann man Sachen entdecken. Und, äh, der sagt, ich kann dieses Fossil nehmen. Ich meine, ich hatte das Clown-Fossil. Ja, danke, mein Freund. Ähm, ja, der sagt, dass er morgen wiederkommt. Er hatte dann ein neues Fossil. Richtig. Bei dem kennt man jeden Tag ein Fossil. Das klingt echt cool. Schönes Postgame-Feature. So, das war hier schon in schwarzen S1. Hier kann man Evoli zu Follipurba entwickeln. Für diejenigen, die es interessiert. Ähnlich wie, ähm, in Diamant, Perl und Platin bei Blitzach. Und ja, hier haben wir jetzt Steinkant erhalten. Sehr, sehr gute Attacke. Die ich auch gleich Lucario beibringen werde. Warte, oh Gott, das ist hier sehr, sehr verwirrend. Hier gibt es sehr, sehr viele Eingänge. Ähm, genau. Steinkante. Nein! Yes! Möchte ich. Able. Und zwar tue ich es weg für Eishieb. Hallo? Ja, machen wir mal. Sterne kann ja schon Eisstrahlen. Insofern, ja, wird das wohl nicht so nötig sein. Okay. Dum-dum. Also. Ist doch was Sand. Ist das Striemen hier am Boden. Sollte wohl eine Schiene darstellen. Moment. Das war aber nicht in schwarzen Weiß 1 da. Aber ich kann mich in das... Irgendwann mal... Oder? Gab es hier mal so eine ähnliche Höhle? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das kommt nicht aus schwarzen Weiß 1. Garantiert mich. Okay. Das hat man jetzt im normalen Spielverlauf bisher sehr selten gesehen. Sehen hier ist auch Sepryol die komplett falsche Wahl. Aber ist sowas von daneben. Hingegen Flampivian ist ja schon ziemlich gut zu gebrauchen. Also. Komm mal raus. Eisenschädel. Autsch. Macht mir nichts aus. Okay. Feuerschlag. Feuerschlag. Bam. Tadam. Tadam. Au. Das hat wehgetan. Das hat wirklich sehr wehgetan. So. Auf level 63 gestiegen. Okay. Was ist das für ein Pokémon? Ich hab keine Ahnung. Ich lass es einfach mal draußen. Mhm. Gar keine ist so schlechte Entscheidung. Ist jetzt dann eine Kampf, oder? Oh Gott. Gestern Pflanze. Er ist natürlich nur neutral stark. Doch, doch. Dann müsste Kampf ganz gut gewesen sein. Naja. Komm jetzt mal an so eine Amnesie, würde ich mir auch wenig nützen. Weil da geht doch die Spezialverteidigung hoch. Aber beim P-Bank greift er physisch an. Also. Mach weiter Schaden, Freund. Und du, es ist level 47. Wird der langsam. Ah, cool. Bin der Wettung viel bis. James, sein Liebling. Hüpfen wir uns den auch mal vor. Bam. Das gehört aber auch zu dem Pokémon, wo ich sagen muss, das Design ist schon ein bisschen crazy. Das sieht für mich eher wie ein Generation 5 Pokémon vom Design her aus. Aber gut. So. Wir hatten... Wir gewogen und eine Bäre vom Ranger. Kennen wir ja jetzt schon. Zur Genüge. So. Der will nicht kämpfen. Ich sag nur ja. Okay. Hä? Ist das so eine Lore, wo er uns rumfährt, oder was? Lol, tatsächlich. Okay, gut. Ich muss, glaube ich, jetzt mal umschauen. Und das ist eine sehr verwirrende Höhle, Leute. Glaubt mir. Achso, Moment. Hat er mich jetzt einfach hier rüber gefahren? Oder was? Ich check's grad nicht. Naja, ich werde schon noch erfahren. Und ein Trainer. Hatte ich eigentlich fast schon erwartet. Weil es eigentlich an der Zeit war, dass mal ein Trainer kommt. Ähm, die waren zwar schon öfters da. Aber ja, gut. Mhh. Georock. Okay. Ja, aber was Neues gegen Level 60 Georock zu kämpfen, erlebt man auch nicht alle Tage. Aber ist ganz gut. Auch mal altere Pokémon in einer starken Form zu sehen. Die hier... Wo hier das Postgame wirklich, äh, perfekte Level Balance hat. Gefällt mir sehr, sehr gut bisher. Aber das dürft ihr ja mitbekommen. Man muss sogar ein Geowatz. Jetzt wird's aber interessant. Natürlich würde meine Pflanzvertagen niemals überleben. Weil das ist vierfach stark. Das ist ganz klar. Aber, ja. Cool. Gibt doch viel mehr EP, wenn ich den erledige. Also. Ich beschwär mich keineswegs. Ich freu mich. Und Duo bestimmt auch. Und noch ein Onix. Also, das ist ein Retro-Kämpfer. Der, wie viele, auf die älteren Pokémon eher steht. Aber gut. Erledigen wir den. Tschüss, Onix. Ach so. Der den misst. Ja. Ist klar. Und jetzt kommt er mit Stein klammert. Das ist ja blöd, Mann, ey. Aber immerhin. Kaum Schaden gemacht. Das geschieht ihm recht. Und, ja. Verabschiede dich mit Laubklinge. Tschüss. Tschüss, Onix. Wissen erinnert mich das an, ähm... Da gab's doch ein Level im Banjo-Tui. Auch mit zu gleißen, oder? Oder verwechsel ich das jetzt gerade komplett? Helfe mir mal noch die Sprünge. Ich bin zu dem Eintang komm ich nicht hin. Oh Gott, Leute. Ich fahr jetzt einfach schnell damit, um zu gucken. Hab keine Ahnung. Nee. Wasserstein auf der anderen Seite. Oh Gott, oh Gott. Das ist eine... Manchmal wird man richtig verwirrt. Der originale Wendelberg war schon ziemlich verwirrt. Und der hat dann nochmal, äh... Richtig einen draufgesetzt. Oh Gott. Der möchte mich wieder irgendwo hinbringen. Keine Ahnung. Verwirrt mich bitte nicht komplett, ja? Ich, äh... Hab hier schon genug zu knabbern. Mir ist irgendwo ein Item. Ihr könnt jetzt erstmal einfach das hier... Einfach, ja... Irgendwo muss ich mal einen Punkt setzen und anfangen. Und da unten ging schon wieder so etwas weit weiter, wo ich war. Oh, und es wird schon wieder ein Item angezeigt irgendwo. Jetzt hole ich mir erstmal hier... Einen Knochen, den ich verkaufen kann. Einen seltenen Knochen. Okay. Hier haben wir ein Indigo-Stück. Gut. So, ich glaube, das war's dann jetzt sogar. Größtenteils. Okay, hier sind wieder welche. Und hey, das sind alte Stärke-Steine, die man hier sieht. Es ist ja auf der gleichen Engine gemacht worden, die Generation 4. Nur seltsam verändert, natürlich. Und ich glaube, das sind ein paar Überbleibsel, diese Teile zum alten Stärke-Steinen. Genauso, ähm, wie man es sieht, wenn man zum Beispiel... Kann man sich per Cheats... Eiteln sie den Kampfarm der Ohlen. Ja, natürlich nur, weil die eben schon im Spiel einprogrammiert waren. Natürlich wäre es auch möglich, dass sie von vordereich geplant waren, deswegen nicht gelöscht worden. Aber für gewöhnlich löscht man das Zeug nicht aus dem Programmierkont, weil das sonst nur zu Problemen führen kann. So, Dictry haben wir hier. Jetzt hole ich mir mal ein paar KP zurück. Danke. Ich überrasche, ob das selbe hier als Stelle ist. Dictry ist eigentlich ziemlich schnell, wenn ich mich richtig erinnere. Also, hm, gut, ich beschwere mich nicht. Das war gut. Gucken wir mal, was die Arbeiter hier so treiben. Ja, das sind Steine aus Generation 4. Nicht sehr gesprächig heutzutage, naja. Naja. Ein Wanderer und der Nächste. Oh Gott, ich bezweifle mich, dass wir diesen ganzen gesamten Berge, diesen Part schaffen. Andererseits wäre es auch recht verwirrend für Domi, wenn er hier irgendwo ansetzen müsste. Weil das ja doch ein langer, verwirrender Berg ist, wie gesagt. Aber es ist auch cool, ja. So als Postgame-Berg, super. Auch weil dann natürlich Zwischendreden nicht schlecht gewesen wäre, um die Zeit zwischen zwei Orden mal ein bisschen zu drücken, sag ich mal. Es ist ein bisschen länger zu gestalten, als es letztendlich ist. Aber, okay. Okay, okay. Ich beschwere mich jetzt nicht mehr groß. Ich betrachte jetzt einfach das Resultat, wie es hier noch im Postgame weitergehen wird. Der Hauptzeug kann man eh nicht ändern. Die war gut, so wie sie war. Halt bitte ein paar Fehlern, aber was hat das nicht? Okay, Bedrohung, das ist meine Attacke. Mein Angriff ist gesunken. Deswegen gehe ich auf Spezialangriff und setze jedoch Gigasauger ein. Okay. War jetzt nicht so gut. Ich gucke einfach mal, ob Gigas Stoß fest. Besser wäre. Es, ähm, ja. Es ist nicht sehr effektiv. Äh, Quatsch, es ist neutral effektiv. Oh, nee, Quatsch. Nein, 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 das ist wie sehr Stahl. Mist. Es hat hier jetzt komplett verschwitzt, irgendwie. Oh Gott, und der wird immer stärker. Und seine Verteidigung wächst auch. Ja, das hatte ich jetzt falsch berechnet. Sorry, ich dachte für einen Moment, der ist irgendwie der Stein. Okay, gut, das wird ja immer nicht getroffen. Das soll ich mit Gigasauger eigentlich erledigen können. Schlüssel endlich. Ich meine, Set Grail geht eine Part richtig ab. Sehr, sehr ungewohnt, aber schön zu sehen, dass er mal ein bisschen Sweeper-Qualitäten zeigt. Oh Gott, das wird ja jemand, der mich irgendwo hinbringen will. Ich möchte gar nicht, dass die mich ständig irgendwo hinbringen. Ich möchte hier ein bisschen zu. Oh, wir haben den Ausgang erreicht. Okay. Achso, der ist jetzt hier direkt. Achso. Okay, der ist jetzt hier direkt in Marias City. Und wir haben einen Knochenal. Ah. Okay, der wurde sehr weit nach hinten verlegt. Nicht mal im Verrude zu finden. Okay. Dann gehe ich jetzt einmal mal zurück, da wo ich vorhin war und versuche, dann da ein wenig weiter zu erkunden. Hä? Warum ist der weg? Warum ist der Chip weg? Na, super. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Ganz große Klasse. Okay, das sieht auch... Könnte der Ort sein, wo ich vorhin war. Nur halt ein bisschen verschoben. Bekunden wir es mal. Oh Gott, und das hier mit wilden Pokémon, das wäre die Hölle, glaube ich. Also hier möchte, glaube ich, niemand zu einer Konzentration gestört werden, wenn ich das mal richtig deute. Stärkestein. Ja, schieben wir rein. Ich glaube, wir können auch außen rumlaufen, aber warum nicht? Aktivieren wir Stärke doch mal. Okay, jetzt ist wieder jemand, der mich irgendwo hinbringen möchte. Und ich glaube, ich muss sogar mit dem mitfahren, weil ich es sonst nicht durchkomme. Aber trotzdem, ich wundere mich, wo der erste Chip hin ist. Das fand ich ziemlich gemein, von dem einfach abzuhauen. Scheinbar habe ich den Screen nicht verlassen. Das sehe ich dann, dass ich Stärke noch einsetzen konnte. Moment, war ich hier vorhin? Ja, ja. Ja, ich glaube, ich habe es wieder gefunden, den Kreis. Ja. Das muss es sein, wo ich vorhin war. Sehr, sehr gut. Habe ich diesen Kreis auch wieder geschlossen und gefunden. Auch wenn man natürlich nach wie vor alles finden muss. Das wird keine leichte Aufgabe. Aber man sieht, ob nichts vorzumachen. Aber irgendwie schaffe ich das schon, Leute. Irgendwie schaffe ich das schon ab Vertrauen, nämlich. So, ich lasse auf jeden Fall Sephirioali einfach mal weiter kämpfen, weil jetzt macht er es sehr, sehr gut gegen diese Gesteinboden-Pokémon. Ich glaube, er wird selten die Gelegenheit haben, so zu glänzen wie hier. So, daher bleibt nur vorne und wird noch genug Gelegenheiten geben, wo die anderen wie ein paar Schritte voraus sein werden. Und der Spot Inwissen ist ein Level-Aussteig-Wing-Duo, den wir noch zeitlich auf 64 ran führen müssen, weil letztendlich entwickelt er sich erst auf diesem Level und wir stahlen die Statuswerte, es sind auf diesem Niveau echt schlimm. Also wären die Level jetzt niedriger, können wir vielleicht mit leben und das langweilen. Super, jetzt macht er Explosion. Na, ganz toll. Warum hat man diesen Viechern bitte schon die Viechkeit Robustheit gegeben, damit die so einen Scheiß machen können, oder was? Oh Gott, Stahlos. Wechsle ich jetzt aber, weil da ist der mir nicht sehr geheuer. Und zwar nicht. Ich hol mal Lucario raus. Da wird er auch mal wieder kämpfen. Da hat er nämlich keine so hohen Level. Also komm mal her. Also Aurasphäre. Okay. Das war's, wie es Stahlos sieht. Das ist übrigens sehr cool animiert. Also ich finde, er ist ein bisschen kurz hinten, oder? Er hat mir ein bisschen länger, ein bisschen schlangenartig eigentlich vorgestellt. Aber okay. So, jetzt gehe ich noch hier schnell hier rein. Gucke, ob ich hier irgendwas find im Wasser. Halleluja. Okay, nee, hier ist nix. Und wieder hoch und wieder an Land zum Gucken. Ein Ranger, mit dem wir garantiert kämpfen werden. Ja. Die geben uns hier immer eine Bäre, nachdem wir sie besiegen, wie sie wissen. Das ist eigentlich der einzige Sinn, den die Ranger in diesem Spiel haben. Daher kann es eigentlich nicht vorkommen, dass man nicht gegen sie kann. Das war natürlich in der Stadt oder so. Da kann ich mich nicht erinnern, mal ein gesehen zu haben. Okay, ist der Pyrrhal die absolut schlechteste Wahl gegen einen Stahlkäfer-Pokémon. Ist er sehr, sehr deplatziert. Vampivion hingegen hatte doch gar so eine gute Rolle, die er spielen kann. Mit deinen vierfachen Schaben, den er hier vorursachen kann. Was so die Generation der Stahlkäfer-Pokémon, wie man hier einen Vostelka und Scherog sieht. Das kam doch häufiger davor. Generation 5 ist da anders. Da gab es so viele Käfer und neuen Kiff-Pokémon wie noch nie. Weil man scheinbar realisiert hat, dass es doch stimmt, dass eine hohe Population im Wasser herrscht. Das ist doch einfach nervig. Warum haben zwei Millionen dieser verdammten Viecher Robustheit? Sorry, das musste mal raus. Sorry, das musste raus. Was soll diese Kacke? Ständig Robustheit. Gott, ey, hört doch mal damit auf. Es ist die absolut übertriebenste, verbreiteste Fähigkeit ever. So. Ähm. Genau. Irrlicht gebe ich dir mal. Wird zumindest ein Angriff um die Hälfte geschwächt. Kann ich ihn langsam aus sicherlegen. So, ähm. Wo war ich denn? Jetzt bin ich durch den Blödsinn so rausgekommen. Autsch. Na so, boah. Du dumme Sau. Ne, ich weiß nicht mehr, was ich sage. Gute Sau. So, dann lasse ich jetzt mal Duro. Ich denke, diesen Kampf müsste er eigentlich schaffen. Komm, Drachenpultz. Yes, er ist schneller. Das wird was. Juhu. Was ist das denn? Guter Job. Okay, da kommt was. Oh, einer am Maldo. Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ja, ich bin mit Drampivin am Dessert gestorben. Wegen dummer Robustheit. Die scheinbar jedes zweite verdammte Pokémon ja hat. Einfach nur ohne durch diese Fähigkeit. Okay. Ähm. Ne, wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt war. Was ich ja nicht sagen wollte. Sorry, Leute. Da werde ich wohl irgendwie auf ein neues Thema jetzt kommen müssen. Oh, ne. Komm ich nicht mehr drauf. Oh, dieser Trainer ist jedenfalls erledigt. Komm, und jetzt gibt die Beere her. Okay, und letztens kriege ich immer Lungenbeere. Merkwürdig. Naja, gut. Dann werden wir ein Pokéball, ein Metallmann. Achso, ja genau, ey. Genau, ich hatte über die Käfer geredet. Der fünften Generation und man scheinbar realisiert, dass da wirklich eine große Artenvielfalt im Wasser herrscht, aber auch unter den Käfern. Deswegen kamen jetzt sehr, sehr viele neue Käfer-Pokémon dazu. Und ich meine wirklich viele neue. Also, so viele wie noch nie. Und die hatten alle sehr, sehr unterschiedliche Typen. Es gab auch Käfer-Stahl, aber es gab zum Beispiel auch Käfer-Feuer. Also, da war wirklich für viel gesorgt. So, oh Gott, ein Stahler-War. Ähm. Ich probiere einfach mal Gigasauger. Er wird ihn zwar nicht erledigen können, aber er wird zumindest sicher ein paar KP zurückholen können. So. Rein theoretisch müsste jetzt eine Laubklinge von Serpi Royal genügen, um ihn zu erledigen. Aber, hm. Bleibt abzuwarten. Auch das würde ich ausreiten. Okay, da spielst du natürlich harte Geschütze auffahren, Erdbeben und solche Sachen. Aber komm, Serpi Royal, das schaffst du. Yes. Nicht schlecht, 1 zu 1 gegen einen Stahler-War zu gewinnen. Nicht schlecht. Au. Okay, Nido King. Da ist er jetzt aber echt deplatziert. Äh. Psycho wäre ganz gut, habe ich aber nicht. Der könnte halt ein Erdbeben passieren. Ich würde es nur ein bisschen und bivieren, aber geht nicht. Okay. Kommt das Dame ja auch mal wieder rein, auch wenn der wirklich viel gelevelt ist. Aber ich muss dem einen Erdbeben... Entweder einen Psychokineser oder einen Surfer geben. Was anderes... Ja. Wäre hier keine gute Option, also. Schau, Nido King. Schmore in der ewigen Heul... Äh... Dings... Heulkunde... Und Rehorn. Das ist doch jetzt perfekt, Serpi Royal zurückzuholen, damit er sich darum kümmert. Und seine Kampfgeberzeit ist zurückgekriegt durch Gigasau. Komm, Saug hinaus. Übrigens wieder eine vierfache Stärke wegen Bodenschleine. Also eine ganz, ganz sichere Sache. Und ja. Schau, Rizaros. Hallo, ich seh grad irgendwie fast gar nichts. Und diese Höhle nimmt und nimmt und nimmt kein Ende. Gucken wir hier. Ein Steel Gym, aha. Okay. Was haben wir hier? Geht weiter. Weiteres Item befindet sich hier. Schauen wir auch ein weiterer Trainer. Wasserstein. Sehr, sehr gut. So, was haben wir hier? Ja, tatsächlich. Und da oben auch nochmal der Wanderer. Also Leute. Langweile ist nicht, ja? Das hier ist eine der größten Höhlen, die ich seit langem gesehen habe. Und zwar jetzt wirklich sowohl vom Rätselfaktor als auch vom Trainingsfaktor ist das schon wirklich peak fein, was hier geboten wird. Richtig, richtig gut. Sekirar muss allerdings seine KP noch etwas steigern. Und ja, wie er meint, ich hab keinen Bock aufzuhören mit dieser Höhle. Jetzt würde ich abschließen. Ich meine, es wird uns viel zu verwirren, wenn da zwei dann an rumwerkeln. Und da es mal geguckt werden muss, wo der andere überhaupt schon war und wo nicht. Deswegen mal jetzt einfach weiter. Okay, Machomai. Auch hier die neiste Pokémon, die jetzt hier kommen. Wenn man jetzt überschüssigt, einfach mal so einen Machomai. Die hat man früher, wenn denn nur bei den Top 4 gesehen. Au, er überlebt. Okay. Unnötig. Einfach nur. Unnötig. Ich hol den rein. Ich hätte wirklich gern Flampivian, aber der ist zu schwach. Und Lucario kann irgendwie von allem getötet werden. Deswegen trau ich mich das nicht. Ach so, scheiße. Der hat ja Unlicht. Ach, Mann. Ja komm, Puls in den Kopf weg. Und ich glaube, ich banne jetzt ein paar doch, weil es dauert mir jetzt wieder ein bisschen zu lang hier. So viel am Stück spielen tue ich eigentlich nicht. Zumindest nicht auf so hohem Niveau. Also mit so hohen Leveln. Und das ist schon wirklich anstrengend. Die 70 Minuten Reshiramfang waren ja schon. Kein Zuckerschlecken. Oh Gott. Nein. Ich werde auf jeden Fall pflichten. Ihr könnt mir zahlen, was ihr wollt. Ich werde pflichten. Tschüss, Stallobor. Wenn ihr einen starker Stallobor fangt, hier ist die gute Option. So, jetzt werde ich erstmal den wiederbeleben. Wo ist Rewive? Hier. Wollen wir auch mal wieder was. Du musst auf jeden Fall irgendwie leben. Dann pflichten, haben wir jetzt keinen Bock, den auch noch wieder zu beleben. So. Das kann man auch reindrücken. Oh Gott. Okay, ja, mein Nugget kann man immerhin gut verkaufen. Und hier, ähm, auch hier in KP Plus auch nicht so schlecht. Natürlich würde es bei den meisten Pokémon von uns aber keinen wirklichen Effekt mehr haben. Außer vielleicht bei, ähm, Duo. Aber gut. Und das ist jetzt wirklich der letzte Raum, den ich mache. Wenn es danach noch weitergeht, da kann ich auch nichts machen. Dann werde ich den Part eben so beenden. Aber das dauert einfach wieder richtig, richtig lang. Ich finde es ja cool, aber die Konstellation reichert eigentlich nicht, um so viel am Stück durchzuspielen. Für Gigastroß. Ich hoffe, es reicht. Und sonst habe ich ein Problem. Verdammt. Das muss ich jetzt mal ausruhen. Ja, ich hatte befürchtet, dass ich dann sowas abkriege. Ich hatte es befürchtet. Egal. Komm, Gigastroß und Tschüss. Bam. Nein! Oh, jetzt tritt. Ja, Gott, ich bin weg. Komm, Nero, bitte sterbe nicht. Bitte tröpf kein Pokémon, dass ich es nicht wieder erledigen kann. Okay, das ist ganz gut. Auersphäre. Reicht es? Ja, reicht. Trotz Geowatt's dicker Verteidigung war doch ganz gut. Ja, wobei, Speziellverteidigung ist nicht ganz so hoch. Okay, passt. Oh, der lautet auf so'n Höhen. Schein, hier hat er das in Geowatt's her. Weil, ja, hier kann man's ja nicht fangen. Noch nicht mal in, äh, schwarzen Weiß 2. Ist Klein-Schenny ein fangbares Pokémon. Ja, weiter mit Repel. Okay, ich glaube, ich bin jetzt, äh, zumindest was das hier angeht, mal an mein Ende angelangt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier noch erkunden kann und was nicht. Ich gehe mal hier durch. Ach so, wir haben wieder den Bug mit Blitz. Ich liebe es, aber hier waren wir eh schon. Ja, das ist ja eine Verbindungsbrücke. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das mit dem Bug, für ein Bug mit dem Blitz ist. Kann ich euch nicht sagen. Dum-da, dum-da-da-dum. Da werde ich jetzt mal einfach den Weg hier raussuchen. Hä? Was ist das für eine merkwürdige Musik? Höhenmusik, die ihr spielt. You are high. Das ist Höhenmusik. What the fuck? Okay, Leute, was das hier ist, wird Dom hier im nächsten Bad bekommen. Wenn ich da bald fahre, dann Daumen hoch, wenn nicht runter. Und hier bist du auch ein Fahrer, wo einen netten Kommentar. Bis dann.